Wir wollen den Umstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Wir wollen das gestalten. Millionen Strom belastet, weshalb wir schlafen schlecht. Viele Ortschaftsräte haben sich einhellig... Viel Krankheit durch die Masten, uns reicht dieses Unrecht. Und was bei uns sicherlich erschwert... So mit uns nicht. Dort, wo Schulen und Wohnhäuser stehen, können keine neuen Freileitungstrassen entstehen. Von 2001 erzeugt eine 110 kW-Leitung. Der Elektrosmog in Form von elektromagnetischen Strahlen und Corona-Ionen entfällt bei der Erdverkabelung völlig. Erstens eine Erdverkabelung und zweitens eine Beteiligung Bayerns an den Kosten. Wir kämpfen gemeinsam für eine vernünftige Energiewende und die Erdverkabelung. Herzlichen Dank.